Seit beinahe 30 Jahren begleiten wir SchülerInnen am IVR. Wir gestalten und unterstützen als gemeinnütziger Verein. Begleiten Sie uns durch das EVR und lassen Sie sich ein auf die Vielfalt des schulischen Alltags und darauf, was der Förderverein Gutes beeinflussen kann. Bei Betreten des Foyers wandern die Augen der Schüler jeden Morgen auf die beiden vom Förderverein angeschafften Monitore auf denen alle tagesaktuellen Infos übersichtlich zusammengefasst sind. Dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden konnten wir ab 2018 einen kompletten Klassensatz an Mikroskopen für den Biologieunterricht anschaffen. Wir unterstützen kulturelles Engagement. Unsere Erasmus-Sinfonica proben wöchentlich und wurden von uns ausgestattet mit Instrumenten, Noten und beleuchteten Notenpulten. Da die Aula-Technik nicht mehr den modernen Anforderungen entsprach, konnten wir diese komplett erneuern. Doch damit nicht genug. Auch Veranstaltungen, die in unserer Aula stattfinden können, werden vom Förderverein getragen und bezuschusst. Sie geben ein vielseitiges Bild von dem, was heute Schule ausmacht. Vielfalt bedeutet auch Vielfalt der Meinungen. Unsere Streitschlichter sind fest etabliert in der Schulgemeinde und unterstützen bei Bedarf. Auf der Höhe der Zeit sind wir auch, was die Anschaffung moderner Arbeitsmittel in den Klassenräumen anbelangt. Wir haben Monitore für die Klassenzimmer finanziert, um die Schulwelt auch hier vielseitig und aktuell gestalten zu können. Tablets helfen beim Sportunterricht, um beispielsweise Bewegungsabläufe aufnehmen und zeigen zu können. Zusammen mit dem Schulträger haben wir insgesamt 80 Computer anschaffen können, um seit 2017 junge SchülerInnen an die Arbeit mit digitalen Medien heranzuführen. Von Materialien für den Kunstunterricht bis hin zur Anschaffung von elf Lego-Robotern für den MINT-Unterricht. Das Lernen mit allen Sinnen ist für uns Programm. Projekt- und Sporttage runden das schulische Leben ab. Auch hier unterstützen wir als Förderverein, um neue Möglichkeiten schaffen und Grenzen verschieben zu können. Neben neuen Spielgeräten auf dem Schulhof planen wir aktuell ein Klassenzimmer im Grünen mit Tischen und Bänken im Freien. Auch der Schulalltag darf einem Wandel unterliegen und neue Wege gehen. Bitte lassen Sie uns gemeinsam für unsere Kinder als Förderverein weiter aktiv sein. Helfen Sie mit, den Schulalltag modern, vielseitig und offen gestalten zu können. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft oder mit Ihrer Spende. Im Namen unserer Kinder. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.